Die zu veräußernde gut gepflegte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Neuwied. Das im Jahr 1976 erbaute Haus verfügt über acht Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 38 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 31.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017